Macht es überhaupt noch Sinn, dass wir versuchen, unsere Beziehung zu retten? Haben wir noch eine Chance als Paar? Eine Frage, die sich Paare stellen, die in einer lang anhaltenden Beziehungskrise stecken oder sich auseinandergelebt haben. Oft sind das die Umstände, die Familie, das Haus, die Firma oder das gemeinsam Erlebte und Überstandene, das diese Menschen noch zusammenhält. Aber kann man das noch Liebe nennen? Gibt es da überhaupt noch eine gemeinsame Basis? In solchen Situationen rate ich meinen Klienten dazu, sich erst einmal allein und mit sich selbst über ein paar wichtige Fragen klar zu werden. Es macht Sinn, sich dafür Zeit zu lassen und diese Fragen in Ruhe zu beantworten. Vielleicht ist es auch sinnvoll, sich dafür eine kleine Auszeit zu nehmen. In jedem Falle sind Notizen hilfreich. Und erst wenn man mit sich selbst im Klaren ist, kann man auch mit dem Beziehungspartner neu verhandeln oder Lösungen über die Beziehung finden. Genau genommen sind es drei Fragen, die für Paare in einer Beziehungspart-Situation hilfreich sind. Hier sind sie. Wie müsste unsere Beziehung sein, damit ich mich wieder darin wohlfühlen kann? Machen Sie sich darüber ganz konkrete Gedanken. Was genau müsste sich ändern? Was wünsche ich mir? Denken Sie sich eine Skala von 0 bis 10. 0 ist im Beziehungskeller und 10 ist so schön, wie Sie sich das nur wünschen können. Wo stehen Sie gerade? Zwei oder drei? Gut. Was müsste passieren, dass Sie auf acht kommen oder neun? Sie merken schon, es ist gar nicht so einfach, das zu benennen. Und umso wichtiger ist es, dass Sie sich sehr konkrete Gedanken machen. Frage Nummer zwei. Was wäre ich bereit zu tun, damit sich diese Beziehung verändern kann? Was wäre mein Anteil? Was kann ich leisten? Was möchte ich in eine bessere Version unserer Beziehung wirklich investieren? Das sollte vor allem aus Freiwilligkeit erfolgen und weniger aus Zwang oder Druck. Frage Nummer drei. Was brauche ich von dir? Was ist das, was ich mir von meinem Partner oder meiner Partnerin wünsche? Was brauche ich unbedingt und über was kann ich verhandeln? Auch hier geht es nicht um allgemeine Werte wie Treue oder Kommunikation, sondern wie genau stelle ich mir denn Treue vor? Was brauche ich, um mich geliebt zu fühlen? Welche Verhaltensweisen wären mir wichtig? Wenn Sie selbst Antworten auf diese Fragen gefunden haben, dann ist der Zeitpunkt gekommen, darüber zusammenzusprechen. Bewerten oder verurteilen Sie nicht? Wenn Sie wirklich ehrlich zu sich selbst und Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner sind, dann merken Sie in dem Gespräch über die drei Fragen, ob Sie noch Überschneidungen finden, die als gemeinsame Basis für Ihre Beziehung dienen können, oder ob Sie sich schon so weit voneinander entfernt haben, dass Sie Ihre eigenen Grenzen verletzen würden, um dem anderen entgegenzukommen. So ein Gespräch kann schmerzhaft sein, aber diese Ehrlichkeit ist das größte Geschenk, das Sie sich selbst und dem anderen machen können. Und das wird Sie in jedem Falle weiterbringen. Bis zum nächsten Mal bei Leben, lieben, lassen, Ihre Claudia Bechert und noch mehr Tipps zur Persönlichkeit und Beziehung, wie immer auf meinem Blog und Podcast www.leben-lieben-lassen.de